Robin Hood wird Bettler Nachdem Robin Hood sich von Little John getrennt hatte, wanderte er vergnügt auf dem Weg nach Blythe weiter. Er pfiff und summte vor sich hin, denn er fühlte sich an diesem schönen Frühlingsmorgen so wohl wie ein Fohlen, das wieder auf die Weide darf. Er beobachtete die weißen Lämmerwölkchen, die langsam am blauen Himmel dahin segelten. Hin und wieder blieb er stehen, betrachtete die zarten Knospen an den Hecken oder lauschte dem Gesang der Vögel. Dann und wann begegnete er einem Mädchen, das er freundlich grüßte. Aber er fand keinen Bettler, mit dem er das Wams tauschen konnte. Der Morgen verstrich, Robin Hood wurde hungrig und seine Gedanken wandten sich von Blumen, Vögeln und blauen Frühlingsdüften nahrhafteren Dingen zu. Wenn ich einen Wunschring hätte, wüsste ich genau, was ich jetzt damit anfänge. Zuerst würde ich mir eine saftige Pastete herbeizaubern. Dann ein gebratenes Huhn mit ein paar gekochten Taubeneiern garniert und dazu ein frisches, knuspriges Brot, das noch warm vom Ofen ist. Während er noch so vor sich hin murmelte, sah er plötzlich hinter einer Wegbiegung auf einem Zauntritt einen Burschen sitzen und mit den Beinen baumeln. Sein Wams war mit so vielen bunten Flecken besetzt, wie Bänder an einem Maibaum flatterten. Außerdem war der Bursche mit einem guten Dutzend Taschen und Beutel in allen möglichen Formen und Größen behängt. Daran erkannte man, dass er ein Bettler war. Seine grauen Augen blickten munter in die Welt und seine schwarzen Ringellocken lagen wie eine Kappe um seinen Kopf. »Hallo, guter Freund, was machst du an diesem schönen Frühlingstag?« rief Robin Hood ihm zu. »Ich sitze auf einem Zaun, die Sonne brennt mich braun, ich singe mir ein Lied und warte auf mein Lieb. Der Kuckuck ruft ihm heilen, sie wird gleich bei mir sein,« antwortete der Bettler singend und fügte hinzu, »das mache ich hier. Bloß habe ich leider kein Lieb und deshalb kann sie auch nicht gleich bei mir sein.« »Das war ein hübsches Lied und ich würde dir gerne noch länger zuhören, aber ich habe zwei sehr ernsthafte Dinge mit dir zu bereden, also hör gut zu,« antwortete Robin. Der Bettler legte den Kopf auf die Seite wie eine Elster und sagte, »Ich halte nicht viel von ernsthaften Dingen, und wenn ich mich nicht irre, du meistens auch nicht.« »Das, worum es als erstes geht, ist für mich die ernsthafteste Angelegenheit auf der Welt,« versicherte Robin. »Wo finde ich hier etwas zu essen und zu trinken?« »Das ist für mich keine ernsthafte Angelegenheit,« antwortete der Bettler. »Ich esse, wenn ich etwas habe. Wenn ich kein Fleisch bekomme, bin ich mit Brot zufrieden. Ich überlegte mir gerade, ob ich jetzt etwas essen solle. Ich warte nämlich immer, bis mein Magen knurrt, weil mir dann trockenes Brot genauso gut schmeckt wie eine Pastete.« »Du bist ein listiger Bursche,« meinte Robin Hood, »aber hast du wirklich nur trockenes Brot? Ich finde, deine Beutel und Taschen sehen recht rund und wohl gefüllt aus.« »Nun, vielleicht ist auch noch was anderes drin,« gab der Bettler zu und grinste vielsagend. Der Bettler öffnete einen Beutel nach dem anderen und steckte die Nase hinein. »Hier habe ich ein Stück Taubenpastete gut in ein grünes Kohlblatt eingewickelt, damit die Soze nicht herausläuft. Da ist ein anständiges Stück Schinken und ein halbes weißes Brot. Vier Weizenkuchen sind auch da und hier drin entdecke ich doch tatsächlich noch sechs frische Eier. Die müssen mir aus einem Hühnerstall nachgerollt sein. In der Asche gebacken und mit ein bisschen Butter drauf schmecken sie sicher ganz vorzüglich. »Hör auf, guter Freund, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Wenn du mir etwas zu essen gibst, schenke ich dir drei Pfennige.« »Dafür bekommst du von allem das Beste,« versprach der Bettler. Robin Hood betrachtete voll wohlgefallen das Mahl, das der Bettler im Schatten eines Weißdornbusches ausgebreitet hatte. Dann hörte man lange Zeit hindurch nur das eifrige Kauen der beiden und zwischendurch ein lautes Glucksen, wenn sie abwechselnd einen langen Schluck aus der Lederflasche tranken. Endlich wischte Robin Hood sich mit einem zufriedenen Seufzer die letzten Krümel aus dem Bad, streckte sich im Grase aus und stützte sich auf einen Ellbogen. »Jetzt möchte ich über die zweite ernsthafte Angelegenheit mit dir reden, guter Freund,« begann er. »Willst du bei so einem guten Essen von langweiligen Geschäften reden,« fragte der Bettler vorwurfsvoll, »futtere nur weiter, während ich mit dir spreche, damit dir nichts entgeht. Die Sache ist die, mir gefällt deine Zunft und ich möchte gerne einmal selber ausprobieren, wie man als Bettler lebt.« »Es wundert mich nicht, dass dir meine Lebensweise gefällt.« »Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Gefallen und selber ausprobieren.« »Man muss eine lange Leerzeit hinter sich bringen, ehe man ein tüchtiger Bettler wird.« »Ich will's dir ehrlich sagen, guter Freund, du bist zu alt, um noch einen Beruf zu ergreifen, bei dem man Jahre braucht, um alle Geheimnisse der Kunst zu erlernen,« erklärte der Bettler ernsthaft. »Das trifft vielleicht zu, aber ich möchte es trotzdem versuchen, und dazu brauche ich nur das richtige Wams,« antwortete Robin. »Du wirst niemals ein richtiger Bettler, und wenn du dich kleidest wie der Schutzpatron unseres Handwerks, der heiligen Winden selbst. Der erste echte Bettler, dem du begegnest, wird dich verhauen, weil er sofort merkt, dass du ein fremder Vogel bist, der nicht zertumpft gehört.« »Ich will es aber trotzdem versuchen,«, wiederholte Robin dickköpfig. »Ich werde meinen Wams mit dir tauschen, denn deins gefällt mir. Und weil du es bist, bekommst du auch noch zwei Goldpfennige obendrein. Ich habe meinen Eichenknüppel mitgenommen, weil ich mir überlegte, dass mir vielleicht nichts anderes übrig bliebe, als einem Bruder deiner Zumpf das Fell auszuklopfen, damit er besser hört und sich leichter von seinem Wams trennt. Bei dir ist das etwas anderes. Du bist mein edler Freund, weil du mich zu diesem guten Essen eingeladen hast, und deshalb brauchst du keine Angst vor mir zu haben.« Der Bettler hörte mit schiefgelegtem Kopf zu und sagte dann, »Suso, ich brauche keine Angst vor dir zu haben.« »Hm, man sollte meinen, du habest den Verstand verloren, wenn man dich so leichtfertig daherreden hört. Aber wenn du wüsstest, wen du vor dir hast, dann wüsstest du auch, dass ich schon ganz anderen Leuten wie dir die Köpfe eingeschlagen habe. Bei dir ist es etwas anderes. Du bist mein guter Freund, weil du dich für das Essen anständig revanchiert hast. Trotzdem bekommst du nicht einmal einen Flicken von meinem Wams, und wenn dich das vor dem Galgen retten würde.« »Es war wirklich dein Glück, dass du mich zum Essen eingeladen hast,« meinte Robin, »denn sonst bliebe mir jetzt gar nichts anderes übrig, als ein bisschen auf deinen klugen Kopf zu klopfen, damit etwas Gescheiteres aus ihm herauskommt, als das, was du eben gesagt hast.« Der Bettler griff nach seinem Eichenstock und sprang auf. »Und es war dein Unglück, dass du hierher gekommen bist. Nimm deinen Knöppel und wehr dich. Ich verprügele dich, und dann nehme ich dir auch noch all dein Geld ab. Ich lasse dir nicht einmal einen halben Pfennig für einen klumpen Gänsefett, mit dem du hinterher deine blauen Flecken einreiben kannst.« Der Bettler war wirklich wütend. »Wenn es dir gelingt, mir einen einzigen Hieb zu versetzen, geb ich dir freiwillig mein ganzes Geld,« antwortete Robin und fing schon den ersten Schlag des Bettlers mit dem Knöppel auf. Der Bettler schlug noch ein paar Mal kräftig zu, ohne Robin Hood treffen zu können. Robin wartete den richtigen Augenblick ab, und schon flog der Knüppel des Bettlers in hohem Bogen über die Hecke, und der Bettler lag im Gras und rührte sich nicht. Erst als Robin ihm etwas Wasser einflößte, öffnete er wieder die Augen und sah sich benommen um. »Tauschst du jetzt das Wams mit mir, oder muss ich dir noch einmal eins draufgeben, guter Freund?« erkundigte sich Robin. »Wenn du mir gutwillig dein Wams, deine Mütze und deine Beutel gibst, bekommst du zwei goldene Pfennige. Rückst du sie nicht gutwillig heraus, dann«, Robin warf einen vielsagenden Blick auf seinen Knüppel. Der Bettler setzte sich auf und rieb sich die Beule am Kopf. »Wenn du so versessen auf meinen Wams bist, werde ich's dir wohl geben müssen. Aber gib mir zuerst dein Wort als ehrenhafter Freisasse, dass du mir nichts anderes nimmst als meine Kleidung.« »Das verspreche ich dir«, antwortete Robin und dachte, der Bettler habe sicher ein paar Pfennige, die er retten wolle. Dann nahm der Bettler ein kleines Messer, schnitt das Futter in seiner Jacke auf und holte zehn Pfund in Gold heraus, die er ins Gras legte. »Jetzt kannst du meinen Wams gerne zum Tausch gegen deines haben und deine zwei Goldpfennige darfst du auch behalten. Ich brauche sie nicht.« »Du bist ein gerissener Bursche«, lachte Robin. »Wenn ich gewusst hätte, dass du so viel Geld besitzt, wärst du nicht so gut davon gekommen, denn du hast es bestimmt nicht auf ehrliche Weise erworben.« Dann tauschten sie ihre Kleidung. Der richtige Bettler hüpfte vor Freude über den guten Anzug aus feinem grünen Tuch, der ihm so unverhofft in den Schoß gefallen war. »Ich sehe wirklich großartig aus. Meine Freunde werden mich nicht wiedererkennen. Du kannst die Reste der Mahlzeit behalten«, sagte er großzügig. »Ich werde jetzt in Saus und Braus leben, solange mein Gewand neu ist und meine zehn Pfund reichen.« Er kletterte über den Zauntritt und verschwand. Aber Robin hörte ihn noch singen. »Süht den feinen Burschen springen, laut im Beutel klirrt das Gold. Ja, jetzt kann er fröhlich singen, alle Mädchen sind im Holz. Und die Wirtin schreibt gern an, ich bin jetzt ein feiner Mann.« Robin lauschte, bis das Lied in der Ferne verklang. Dann brach er in die entgegensetzte Richtung auf. Er wanderte lange dahin, ohne jemand zu begegnen, denn es war hoher Mittag, die stillste und friedlichste Zeit des Tages neben der Dämmerung. Alles ruhte. Die Pflügel lagen in den Furchen, die Pferde streckten die Köpfe tief in die umgehängten Hafersäcke, und die Bauern und Knechte saßen im Schatten der Hecken und Aßenkäse und Brot. Robin Hood hatte die mittagsstille Straße ganz für sich allein. Er wirbelte bei jedem Schritt eine kleine Staubwolke auf. Nach einer Weile bog er von dem staubigen Weg ab und folgte einem schmalen, grasbewachsenen Pfad, der ihm besser gefiel. Der Pfad schlängelte sich durch ein grünes Tal, wand sich einen Hügel hinauf, auf dessen Kuppe eine Windmühle thronte, und folgte einem Bach bergab, der in einer bewaldeten Senke verschwand. In diesem Hain stieß Robin Hood plötzlich auf vier Bettler, die im Gras saßen und es sich wohl sein ließen. Jeder hatte ein kleines Brett um den Hals hängen. Auf dem einen stand blind, auf dem nächsten taub, auf dem dritten stumm, und auf dem vierten habt Mitleid mit dem armen Lahmen. Der Taube hörte Robin Hood als erster und sagte, »Ich höre jemand kommen, Brüder.« »Er ist ein ehrlicher Mann von unserer Zunft,« antwortete der Blinde, der Robin zuerst sah. »Willkommen, Bruder. Komm und setz dich zu, und solange noch etwas übrig ist,« rief der stumme Robin freundlich zu. Daraufhin rückte der Lahme, der sein Holzbein abgeschnallt und sein eigenes gesundes Bein ausgestreckt hatte, etwas beiseite, um Robin Platz zu machen, und reichte ihm sofort eine runde Lederflasche. »Ich finde es nicht mehr als recht und billig, dass ihr euch über mein Kommen freut, nachdem ich euch anscheinend von all euren Gebrechen wunderbar geheilt habe,« antwortete Robin munter. Der Blinde sieht wieder, der Stumme spricht, der Taube hört, und der Lahme reckt und streckt seine Glieder. »Ich trinke auf eure Gesundheit, Brüder. Möge sie immer so prächtig sein wie heute.« Sie grinsten alle, und der Blinde schlug Robin freundschaftlich auf die Schulter. »Woher kommst du?« fragte der Stumme. »Heute Nacht habe ich im Sherwood Forest geschlafen,« antwortete Robin. »Tatsächlich?« Der Taube sah Robin bewundernd an. »Für alles Geld, das wir vier nach Lincoln tragen müssen, würde ich es nicht wagen, eine Nacht im Sherwood Forest zu schlafen.« »Wenn Robin Hood einen von unserer Zunft im Sherwood Forest erwischt, geht es dem armen Burschen schlecht.« »Das glaube ich auch,« bestätigte Robin Hood. »Aber was für Geld müsste er nach Lincoln bringen?« »Unser Bettlerkönig Peter aus York hat uns mit dem Geld nach Lincoln geschickt, das«, begann der Lahme. Doch der Blinde unterbrach ihn. »Sei still, Bruder. Ich zweifle ja nicht an unserem neuen Freund, aber vergiss nicht, dass wir ihn noch nicht richtig kennen.« Zu Robin gewandt fügte er hinzu. »Was bist du, Bruder? Ein aufrechter Mann, ein Abraham Jünger, oder was?«